Im heutigen Video erkläre ich dir Schritt für Schritt, wie du mit dem Steuerreport von Trade Republic deine Einkommenssteuerklärung ausfüllen kannst. Ich zeige dir, wie du bei FinanzOnline von der Arbeitnehmerveranlagung zur Einkommenssteuerklärung wechselst, welche Formulare für die Abwicklung der Steuererklärung notwendig sind und welche Fristen in Österreich eingehalten werden müssen, um keine Probleme mit dem Finanzamt zu bekommen. Damit du dir den Umfang des Steuerreports von Trade Republic besser vorstellen kannst, zeige ich dir am Ende des Videos einen Steuerreport, den ich aus der Community zugeschickt bekommen habe. Viel Spaß im heutigen Video. Hallo und herzlich willkommen, du bist am YouTube-Kanal von Finanzen verstehen gelandet. Wir sind die österreichische Bildungsplattform für unabhängiges und seriöses Finanzwissen. Auf unserer Website findest du alles rund um die Geldanlage in Österreich. Mein Name ist Matthias Reiter und heute schauen wir uns gemeinsam an, was du in Bezug auf die Steuern beim Neobroker Trade Republic wissen musst. Wie immer gilt, auch dieses Video kann und soll keine Steuerberatung ersetzen, weil ich bin genauso wie du Privatanleger und schildere dir die Dinge so, wie ich sie verstehe. Alle Angaben sind daher wie immer ohne Gewehr. Falls du unser Video zu Trade Republic noch nicht kennst, wo wir dir den Neobroker aus Deutschland vorstellen, dann schau dir das mal hier oben an. In diesem Video zeige ich dir nun Schritt für Schritt, wie die Versteuerung eines Nicht-Steuereinführungsbrokers abläuft und worauf du besonders Acht geben musst. Diese Anleitung setzt voraus, dass du bereits Zugang zu FinanzOnline hast. Aber genug geredet, legen wir direkt los mit dem ersten Punkt. Wenn du bisher lediglich eine Arbeitnehmerveranlagung durchgeführt hast, musst du im ersten Schritt bei FinanzOnline einen Erklärungswechsel beantragen. Von der klassischen Arbeitnehmerveranlagung hin zur Einkommenssteuererklärung. Melde dich dazu bei FinanzOnline an und klicke auf den Menüpunkt Weitere Services. Im zweiten Unterpunkt bei Erklärungen findest du den direkten Link zum Erklärungswechsel. Hier siehst du nun zum einen deine Daten und zum anderen hast du darunter ein standardisiertes Formular, welches du wahrheitsgetreu ausfüllen musst. In diesem Schritt erklärst du quasi den Mitarbeitern beim Finanzamt, warum du von einer Arbeitnehmerveranlagung zur Einkommenssteuererklärung wechseln möchtest bzw. musst. Bei diesem Formular handelt es sich wie erwähnt um ein Standardformular, welches in der Regel primär von Unternehmern ausgeführt wird. Daher ist das Wording dementsprechend angepasst. Beim Punkt Einkünfte wähle nun Einkünfte aus Kapitalvermögen aus und darunter Einkünfte aus realisierten Wertsteigerungen aus Kapitalvermögen. In der genauen Bezeichnung kannst du nun eingeben, dass du Privatanleger bist und ein Depot bei einem ausländischen Depotanbieter eröffnet hast. Als Beginn der unternehmerischen Tätigkeit wähle einfach das Kalenderjahr aus, in dem du dein Depot eröffnet hast. Also wenn du Mitte Mai 2021 ein Depot bei Trade Republic eröffnet hast, trage hier den 01.01.2021 ein. Der Ort der Berufsausübung ist dann deine aktuelle Mailadresse und bei weiteren Angaben zur Tätigkeit kann das Wording hier hin und wieder etwas verunsichern. Schauen wir uns diesen Punkt daher auch noch gemeinsam an. Du siehst hier, dass einige Infos verlangt werden, die nur Unternehmer betreffen, wie zum Beispiel ganz oben die Infos zum Firmenbucheintrag oder die Anzahl der Mitarbeiter. Diese Felder sind alle optional. Lediglich bei zwei Feldern ist seitlich ein Stern, welcher ein Pflichtfeld markiert. Das wäre der voraussichtliche Gewinn im Eröffnungsjahr sowie im Folgejahr. Hier kannst du nun eine Schätzung abgeben, wie viel Gewinn du von deiner Geldanlage erwartest. Darunter fallen jetzt sowohl ausschüttungsgleiche Erträge, die innerhalb eines Fonds anfallen, als auch Dividenden und Kursgewinne. Wenn du dann alle Daten in dieses Formular eingegeben hast, klick einfach auf Prüfen und Einbringen. Nachdem du diesen Antrag ausgefüllt hast, wird dieser dann im weiteren Verlauf manuell von deinem Mitarbeiter bearbeitet und nach ein paar Werktagen freigegeben, sodass du deine Einkommenssteuererklärung ausfüllen kannst. Wenn der Inhalt bisher hilfreich für dich war, dann würde ich mich über dein Like und dein Abo freuen. Kommen wir nun zu Schritt 2, die Einkommenssteuererklärung mit Hilfe des Steuerreports von Trade Republic ausfüllen. Der Broker stellt seinen Kunden rechtzeitig vor der Abgabefrist der Einkommenssteuererklärung einen detaillierten Steuerreport zur Verfügung. Die Abgabefrist der Einkommenssteuererklärung ist der 30.06. des Folgejahres. Also bis zu dem Zeitpunkt musst du diese unbedingt dem Finanzamt übermittelt haben. Das bedeutet, die Einkommenssteuererklärung für das Kalenderjahr 2021 muss bis zum 30.06.2022 beim Finanzamt eingelangt sein. Hier im Bild siehst du einen Ausschnitt vom Trade Republic Steuerreport. Der Steuerreport zeigt dir ganz genau an, in welches Feld bei der Steuererklärung bzw. beim Zusatzformular E1KV die relevanten Steuerdaten eingefügt werden müssen. Achte sehr genau darauf, dass du die Daten in das richtige Feld einträgst. Sämtliche Nummerierungen am Steuerreport sind ident mit jenen der Steuererklärung sowie am Zusatzformular E1KV. Das bedeutet, wenn du bei deinem Trade Republic Steuerreport beim Punkt 1.3.2 ausländische Kapitaleinkünfte einen Betrag von 22.976,93 Euro stehen hast, steht direkt daneben die Kennzahl, in diesem Fall 994, so weißt du sofort, wo du diesen Betrag beim Zusatzformular E1KV eintragen musst. Selbiges mit dem ausgewiesenen Verlust, der in das Feld 892 eingetragen werden muss, schauen wir uns jetzt dazu das Zusatzformular E1KV an. Du kannst die vorher genannte Summe nun beim Punkt 1.3.2 in das Feld 994 eintragen. Die Verluste füge ich nun, wie am Report ersichtlich, in das Feld 892 ein. Hier hast du eine Übersicht, wo diverse Einkünfte eingetragen gehören. Dieses Formular kannst du dir auf unserer Website genauer anschauen und auch herunterladen. Kommen wir nun zum letzten Schritt, Schritt Nummer 3, die Einkommensteuerklärung finalisieren. Sofern du ein Einkommen aus einem Angestelltenverhältnis beziehst, ist für dich noch der Punkt Außerbetriebliche Einkünfte relevant. Im Unterpunkt Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit musst du dann ähnlich wie bei der Arbeitnehmerveranlagung die Anzahl der inländischen Gehalts- oder Pensionsauszahlenden Stellen angeben. Oder einfacher gesagt, wie viele Arbeitgeber du im letzten Jahr gehabt hast. Achtung, AMS-Geld zählt hier nicht dazu. Die Benutzeroberfläche schaut hier übrigens genauso aus wie bei der Arbeitnehmerveranlagung, das Umfeld wird dir also sehr bekannt vorkommen. Wenn du alle Daten in die dazugehörigen Felder eingetragen hast, kannst du optional eine Vorberechnung durchführen lassen, um zu erfahren, wie hoch deine abzuführende Steuer oder eine mögliche Gutschrift sein wird. Danach kannst du auf Erklärung prüfen klicken. Hier siehst du alle eingegebenen Daten zusammengefasst. Wir raten dir, diese Übersicht jetzt dann auszudrucken und in einem Ordner gemeinsam mit dem Steuerreport von TradeRepublic abzulegen. Abschließend musst du bestätigen, dass du alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen richtig und vollständig ausgefüllt hast. Dazu dann einfach in das Kontrollkästchen den Haken setzen. Jetzt kannst du deine Einkommenssteuererklärung an das Finanzamt übermitteln. Also fassen wir die drei Schritte noch einmal kurz zusammen. Zuerst musst du bei FinanzOnline einen Erklärungswechsel durchführen. Danach füllst du mit Hilfe des Steuerreports von TradeRepublic die Einkommenssteuererklärung aus und zu guter Letzt kontrollierst du die Daten und übermittelst die Frist, gerecht dem Finanzamt. Das war die Versteuerung bei TradeRepublic mit Hilfe von deinem Steuerreport. Ich hoffe, dieses Video war für dich hilfreich und ich konnte dir so ein wenig die Angst vor dem Selbstständigen versteuern nehmen. Ich freue mich über dein Abo, dann sehen wir uns auch beim nächsten Video wieder. Beachte, dass ich genauso wie du nur Privatanleger bin und die Inhalte in diesem Video lediglich meine Auffassung der Dinge darstellen. Ich zeige dir jetzt einen Steuerreport, den wir aus der Community zur Verfügung gestellt bekommen haben. Wie eingangs erwähnt zeige ich dir nun einen Steuerreport von TradeRepublic, also wie der genau ausschaut, aus welchen Seiten der sich zusammensetzt und wie du die Steuerdaten richtig in das E1-KV-Formel überträgst. Im Inhaltsverzeichnis siehst du auf einem Blick, aus welchen Dokumenten sich das Dokument zusammensetzt und hier möchte ich jetzt gleich auf die Beilage E1-KV auf der Seite 2 ganz genau eingehen, denn das ist das relevanteste Formular für dich. Du siehst jetzt hier den Steuerreport von TradeRepublic, die Seite Nummer 2. Mit dieser Beilage von TradeRepublic kannst du dein E1-KV-Formular bei deiner Steuererklärung genau ausfüllen. Ich möchte jetzt genau auf den Punkt 1.3 die Einkünfte, auf die ein besonderer Steuersatz anwendbar ist und bei denen ein Verlustausgleich zulässig ist, eingehen. Du siehst hier in der Liste einmal links immer die inländischen Kapitaleinkünfte und rechts Kapitaleinkünfte aus dem Ausland. Der Punkt 1.3.1 behandelt Dividenden. In diesem Depot sind jetzt anscheinend keine Dividenden dem Anleger zugeflossen, aber in Punkt 1.3.2, hier geht es um die Einkünfte aus den realisierten Wertsteigerungen, hier hat der Anleger in diesem Depot sehr wohl Gewinne realisiert. Du siehst hier einen Betrag, der in die Kennzahl 994 beim E1-KV-Formular in deiner Steuerklinie eingetragen werden muss. Wenn du hier weiter runter schaust, siehst du einen Verlust und der gehört zur Kennzahl 892. Des Weiteren wurden in diesem Depot Derivate gehandelt und 23 Cent konnten hier erwirtschaftet werden. Die Verluste mit dem Derivatehandel sind höher ausgefallen, über 500 Euro hier im Minus und daneben steht auch wieder die relevante Kennzahl, wo das eben beim E1-KV-Formular einzutragen ist. Wenn du dich jetzt fragst, wie kommt Trade Republic auf diese Summen hier unten, kann ich das irgendwo nachvollziehen, dann ist meine Antwort ja, das kannst du und zwar in der Einzelaufstellung, die dir Trade Republic mitschickt. Und zwar, du siehst es unten rechts, Seite 4 von 17, da kommen jetzt noch einige Seiten nach. Für die Erklärung reicht, denke ich, die erste Seite. Du siehst hier oben links, dass es sich um Aktien handelt. Darunter, dass es sich um die Aktien von BYD handelt, die hier gekauft und verkauft wurden, immer im Jahr 2020 und immer wenn ein steuerpflichtiger Ertrag zustande gekommen ist, sei es jetzt ein Verlust oder ein Gewinn, ist hier auf der Seite ein Hinweis, welche Kennzahl von dieser Summe beeinflusst wird. Das heißt, diese 20,20 Euro, die finden sich dann in der Summe von der Kennzahl 892 wieder. Hier unten, diese beiden steuerpflichtigen Erträge sind dann im Feld 994 wieder zu finden, genauso wie dieses hier und diese Summe hier. Vorher haben wir eine Aktie gesehen, wie das beim Aktienhandel ausschaut. Und hier sind wir bei den Derivaten. Wir haben hier diesen einen positiven Ertrag von 23 Cent und hier haben wir dreimal den Hinweis auf das Feld 896, das jeweils einen Verlust kennzeichnet. Damit du dir das jetzt noch einmal viel besser vorstellen kannst, habe ich dir jetzt auf der linken Seite das Formular von Trade Republic zur Verfügung gestellt und auf der rechten Seite das Formular E1KV vom Bundesministerium für Finanzen in Österreich. Gehen wir es ein letztes Mal gemeinsam durch. In Punkt 1, Punkt 3, Punkt 1 wären Dividendenerträge sichtbar, haben wir jetzt keine. Darunter finden wir realisierte Erträge, die habe ich jetzt hier drüben bereits eingetragen. Dann haben wir hier drunter die Verluste, also da steht der Hinweis, wir müssen die Verluste in das Feld 892 eintragen. Das habe ich hier drüben gemacht, 892 und die Summe eingegeben. In Punkt 1, Punkt 3, Punkt 3 geht es wie gesagt um die Derivate. Auch hier habe ich die Summen zu den jeweiligen Kennzahlen eingetragen, so wie es am Steuerreport ersichtlich war. Und am Schluss kommt dann noch der Saldo hinzu, 11209,87 Euro. Die trage ich hier bei Saldo zum Punkt 1, Punkt 3 ein. Ja, soviel zum Steuerreport von Trade Republic und wie du den dann bei deiner Einkommenssteuerklärung angibst. Wie du im Video gehört hast, ist die Abgabefrist der 30.06. des Folgejahres, also für das Jahr 2020 musstest du deine Einkommenssteuerklärung bereits abgeben, aber für sämtliche Erträge, die in diesem Kalenderjahr in 2021 anfallen, die sind eben bis 30.06.2022 fällig. Und damit du dafür gewappnet bist, war eben dieses Video. Wir werden dir aber hier auf YouTube und auf Instagram noch einiges an Inhalte zur Verfügung stellen, damit du keine Schwierigkeiten beim Selbstständigen versteuern hast. Und damit du keine Schwierigkeiten beim Selbstständigen этим Espannen nach Basis